Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir mal ein bisschen was Spezielles, was Außergewöhnliches. Und zwar haben wir hier einen Gast. Stell dich am besten mal vor und sag mal, was du uns mitgebracht hast. Hi zusammen, ich bin der Luca und ich habe Scapeit entwickelt. Das ist praktisch der erste Baukasten, mit dem man sich seine Aquascapes planen kann. Das heißt, wenn ihr zu Hause am PC sitzt, könnt ihr euch euer Aquascape komplett am PC einrichten und dann zu Hause nachbauen. Genau. Wie das Ganze funktioniert, bzw. was die Idee dahinter ist, erklär einfach mal. Ja, gerne, danke dir. Also, ich selbst bin kein Aquascaper, aber natürlich Hobbyist und ich hatte auch meine Aquarien und hatte praktisch immer eine Idee im Kopf, doch konnte die nicht umsetzen, weil mir halt die Erfahrung gefehlt hat. Ich habe mir Anfang letzten Jahres das Programmieren beigebracht und aus diesen beiden praktisch Gegebenheiten ist dann wirklich komplett spontan dieser Idee entstanden, einen Baukasten zu bauen, mit dem ich bzw. jeder, dem die Erfahrung fehlt, sich ganz einfach und schnell sein Aquascape planen kann. Genau, und dann habe ich mich drangesetzt. Ein paar Jahre, also anderthalb Jahre Entwicklung und jetzt sind wir soweit. Ja, und er hat es mir vor, wann, vor drei, vier Wochen hast du es mir, glaube ich, schon mal... Ja, schon fünf Wochen. Vor fünf Wochen, ja, haben wir gezeigt. Und ich war direkt überzeugt davon und habe mir gedacht, das stellen wir euch auf jeden Fall mal vor und zeigen euch mal, was da so möglich ist. Ich mache dir jetzt den Sascha überflüssig. Genau, ich gehe dann mal, mach's gut. Also, Scape it, die Idee ist, dass sowohl Anfänger damit was machen können, aber natürlich auch die Profis, wie den Sascha hier. Ich habe es auch ausprobiert, bin auch, wie gesagt, überzeugt davon. Und ich würde sagen, wir quatschen einfach gar nicht lang, sondern der Lukas stellt euch das mal komplett vor. Macht mal jetzt am Bildschirm Scape und sagt euch mal die ganzen Funktionen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an. Okay, also, hallo zusammen nochmal. Hier seht ihr die Webseite Scape it. Hier, Scape it, die findet ihr auch entweder, wenn ihr das googelt oder wenn ihr einfach scape-it.io eingebt. Und jetzt fangen wir sofort an und schauen uns das hier gar nicht groß lang an, sondern gehen auf den Editor, wo ihr auch eure Scapes bauen könnt. Ich habe das Ganze versucht, sehr einfach und intuitiv zu bauen. Also, wenn ihr hier draufkommt, da werdet ihr direkt gefragt, praktisch, was für ein Layout ihr erstellen wollt. Also, wir erstellen mal ein neues Layout. Hier können wir jetzt entweder eine Beckengröße selbst aussuchen oder wir nehmen halt eine von den Standard-ADA-Größen. Da habe ich so die gängigen eingebaut. Und wir können ja einfach mal das 60p, so ein bisschen als Klassiker nehmen. Genau, wenn man dann sich für eins ausgesucht hat, kommt ja auch die Vorschau vom Becken. Und dann kann man auch direkt schon anfangen, das Becken einzurichten. Also, auf jetzt scapen. Genau, hier sehen wir jetzt den eigentlichen Editor, beziehungsweise Baukasten. Und auf der linken Seite, da finden wir das ganze Menü, wo praktisch eben Bodengrund, Hintergrund, Hardscape und Pflanzen sind. Und hier haben wir unser Layout in der Vorschau. Also, fangen wir mal mit dem Bodengrund von unserem Scape an. Hier können wir uns verschiedene Bodengründe anschauen und uns dann den aussuchen, der uns am besten gefällt. Ich glaube, ich möchte was mit dem Sand machen. Irgendwie so, vielleicht mal, nee, wir nehmen mal den hellen Sand. Und wenn man sich dann hier praktisch für den Boden entschieden hat, kann man hier mit diesen tollen Ankerpunkten ihn nach Belieben anhäufen und editieren. Also, wir können ja jetzt hier mal so ein bisschen an den Seiten was aufhäufen. Einmal den Hintergrund eben und vielleicht den Vordergrund noch ein bisschen runter. Also, man kann theoretisch auch Tiefmöglichkeiten erzeugen in dem Programm mit drin. Ja, genau. Also, du siehst hier ja auch, du hast ein bisschen dunkel vorne, hell hinten. Dadurch wird dann praktisch das 2D auch nochmal ein bisschen mit Tiefe gefüllt. Jetzt hier unten sind noch zwei Funktionen, die, also der Plus-Knopf und der Minus-Knopf, mit denen man hier Punkte hinzufügen oder halt löschen kann. Also, ich kann hier eben zum Beispiel den hier rausnehmen oder wenn ich dann den hier und den hier anklick, wieder einen hinzufügen. Man braucht es gar nicht unbedingt. Meistens reichen die vorgegebenen Punkte schon aus, aber wenn man dann ein bisschen feiner editieren will, dann hilft einem das durchaus. Dann das nächste Menü oder der nächste Punkt im Menü ist der Hintergrund. Den kann man natürlich wie alles in Escape-It, das ist ja das Coole, jederzeit wieder anpassen. Auch hier sind so ein paar Folienverläufe drin, eben mit Blau, Weiß und auch Schwarz. Wir können ja mal hier einfach mit so einer schwarzen Folie weiterarbeiten und gucken, je nachdem, was wir machen, ob wir es dann nochmal anpassen. Jetzt kommen wir eigentlich erst zum spannenden Teil, wie ich immer finde, nämlich zum Hardscape und dann zu den Pflanzen. Hardscape haben wir hier auch ein paar verschiedene Sorten mal drin, also Dragonstones, Lava, Minilandschaft, Rote Moorwurzel, Talawar und Kien. Also ich habe versucht, so eigentlich eine gute Auswahl zu bieten an Grafiken. Da werden auch noch weitere folgen, aber ich denke, man kann damit schon ganz gut arbeiten. Nehmen wir doch jetzt zum Beispiel mal so ein bisschen hier eine Minilandschaft. Die können wir jetzt ganz einfach per Drag & Draw in unser Skate ziehen und dort dann bewegen, kleiner und größer machen und auch drehen. Das ist natürlich auch cool. Ja, eine Frage? Nein, also damit hat man dann auf jeden Fall die Möglichkeiten, die Steine wie im normalen Skate zu positionieren. Genau, und du kannst sie auch spiegeln, indem du einfach praktisch immer kleiner machst und dann hier rüber ziehst. Ah, okay. Und eben durch dieses größere und kleiner machen kannst du auch schon mit wenig verschiedenen Grafiken, also du kannst ja auch mehrmals jetzt einfach die hier nehmen und dadurch, dass du sie halt vielleicht so ein bisschen stauchst und so, verschiedene Formen kreieren, die dann auch wieder ganz cool zusammenpassen. Das ist auf jeden Fall praktisch, ja. Das ist relativ leicht zu editieren. Ja. Ja, das ist die Idee. Es soll leicht und intuitiv. Im Prinzip kannst du hier ganz einfach ein Layout nachbauen. Also wenn ich jetzt da vorne das Hardscape sehe, das könnte ich hier jetzt auch einfach nachbauen. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen anderes Format. Soll ich das mal nachbauen? Ja, mach doch also gut. So gut ich sehe von hier. Also versuchen wir das mal nachzubauen. Ich blende das mal ganz kurz im Bild davon ein, weil wir die Kamera hier fest installiert haben. Ja, perfekt. So das hier oben sind jetzt die größeren Steine. Ich versuche mal mit dem hier das zu machen. An der Seite den ein bisschen zu stauchen. Cool ist natürlich auch, man kann dann mehrere zusammenfügen, um praktisch, also wenn es praktisch den Stein nicht gibt, den man selbst haben will, kann man den so ein bisschen zusammenbauen. Hier unten hat es auch weitere Werkzeuge. Damit können wir zum Beispiel duplizieren und weiter nach hinten und nach vorne wieder schieben. Das zeige ich euch aber gleich nochmal ein bisschen genauer. Der ist nicht ganz so hoch. So, das ist ein bisschen schwer von der Ansicht. Das muss ja auch ungefähr sein. Das stimmt. Das Thema Daumen muss ja nicht genau das jetzt sein. Aber von der Art her, was man auch sieht, dass man Sachen halt nachbauen kann. Easy. Ja. Ich meine, das Coole ist, es sieht sogar wirklich sehr schnell schon sehr cool aus. Ich glaube, ich lasse es sogar recht gleich schon dabei. Dann können wir einfach weitergehen zum Pflanzen. Manchmal ist es so ein bisschen tricky, wie ihr hier gerade sehen könnt. Da gibt es gleich auch einen ganz einfachen Trick, wie wir die fixieren können, sodass wir sie nicht immer wieder verschieben. Ich mache hier mal noch so einen kleinen Stein vorne rein, ziehe den ein bisschen größer. So, und nach links, da kann noch was hin. Ja, nehmen wir den da und schieben den ein bisschen nach hinten. Na ja, das Coole ist ja, dass wenn man dann Pflanzen drüber macht, dann verstecken die auch ein paar Sachen wieder. Also es geht hier nicht um absolute Präzision. Du hast jetzt gerade die Ebenen gewechselt, also den Vordergrund dann nach hinten gemacht. Vielleicht solltest du das nochmal erklären, weil das ist das, mit dem ich nämlich nicht klargekommen bin am Anfang. Ja, das ist ein bisschen schwierig, vor allem wenn man sich nicht mit grafischen Programmen auskennt. Deswegen lasst es mich euch schnell zeigen. Genau, dafür könnt ihr hier rechts das Ebenenfenster öffnen. Also mit dem Knopf hier, damit ihr das ein bisschen besser seht, schließe ich mal links das Fenster. So, und jetzt seht ihr hier alle Steine, oder Objekte praktisch, die wir in unserem Escape drin haben. Und wenn ich den anklick, dann wird er auch ausgewählt, automatisch im Escape, und ihr seht praktisch, welcher es ist. Aber, ihr könnt den jetzt, also wenn ihr den jetzt nehmt, das geht sogar, aber häufig kriegt ihr dann, wenn ich jetzt hier hinklicke, den davor. Um das zu vermeiden, könnt ihr ganz einfach die Ebenen sperren. Und der hier ist jetzt gesperrt, den kann ich jetzt nicht mehr anklicken. Ich empfehle das, direkt zu machen, wenn ihr mit dem Hardscape fertig, oder spätestens zu machen, wenn ihr mit dem Hardscape fertig seid, weil dann könnt ihr ohne Probleme Pflanzen da drauf machen, die auch wieder vor- und zurückschieben, ohne dass ihr euer Hardscape wieder kaputt macht. Dazu noch ein Trick, ihr könnt auch alle auswählen, indem ihr Shift gedrückt haltet, also wie man das kennt, so alle ausgewählt, weiterhin Shift gedrückt haltet, und dann hier das Schloss aktiviert. Und jetzt gehen wir hier raus, kann man keinen davon mehr anklicken, die sind alle fest. Was ihr natürlich auch mit dem Ebenen-Tool machen könnt, ist, ihr könnt die Ebenen verschieben, also wenn ihr mal die beiden Steine euch hier anschaut, wenn ich den jetzt nehme und da drunter mache, ist er dahinter. Genau, so. Oder man nimmt halt hier die Pfeile, die schieben es halt immer nur eine Ebene nach hinten oder vorne, genau wie ihr rechts sehen könnt eigentlich. Und ihr könnt hier auch ausblenden, unsichtbar machen, falls man mal sich noch nicht sicher ist, ob man etwas braucht oder nicht. Okay, gut. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum Pflanzen. Genau noch eine kleine Randnotiz, ihr könnt das Fenster ja minimieren, wie ihr gerade gesehen habt, einfach, wenn ihr dann ein bisschen präziser arbeiten wollt. Genau. Oder auch, wenn das hier halt euch zu klein ist, je nachdem, gerade wenn da noch eben ein Fenster offen ist, das wird ja immer kleiner, da ist es leichter im großen Modus. Genau, bei den Pflanzen, da haben wir hier auch schon, ja, ich nenne es solide Auswahl, aber klar, da sollten noch mehr reinkommen und werden auch versprochen. Eine Idee, was wir nehmen sollen? Ja, wir könnten ja mal zeigen, wie man zum Beispiel einen Bodendecker rein hat, das wollen wahrscheinlich die meisten wissen. Ja. Anubia auf Stein. Anubia auf Stein, genau. Vielleicht einen Hintergrund bepflanzen, noch hier hinter die Steine. Gut, dann können wir ja einfach mal mit einem Bodendecker anfangen. Ich finde ja zu den Mini-Landschaftsteinen, da passt immer das HCC gut. So, die Größe von den Pflanzen ist ungefähr angepasst an das Becken. Allerdings wird es auch ein bisschen so angepasst, dass wenn ihr das 1,80 Meter Becken habt, dass eure Pflanze dann nicht seit Zentimeter groß ist und ihr die nicht mehr seht. Aber so im 60P habt ihr schon eine ungefähre Größe davon. Genau, ich mache es so, das muss man natürlich nicht, aber so kriegt ihr noch mehr Tiefenbeckung rein. Wenn ihr die Pflanzen hinten ein bisschen kleiner macht. Also, ich lasse die jetzt mal so. Genau, ich dupliziere die hier immer und verschiebe die dann einfach. Hier kann man die noch ein bisschen nach hinten schieben, gerade mit einem Ebenenwerkzeug. So, das ist... Upsala. Da. Hinter die noch ein bisschen hoch. Jetzt machen wir uns hinten mal eine schöne Ebene. Davon. Ja, perfekt. Super Effekte kriegt ihr vor allem dann hin, wenn ihr auch wirklich mit dem Ebenen-Tool arbeitet, weil ihr dann halt das so zwischen die Steine stecken könnt. Also, wenn ich jetzt den hier nehme und hier hin mache, dann kommt das da so ein bisschen hervor und das macht so, finde ich, immer ein bisschen den... Den tiefen Effekt. Den tiefen Effekt auf alle Fälle und halt auch den Feinschliff, weil im echten Becken guckst du ja auch häufig, dass du das so drüber wachsen lässt und so. Ähm, genau. So. Hm. Und hier noch eins hin, das müssen wir ein bisschen weiter runter schieben. Wir haben ja schon mittlerweile einige Pflanzen. Ja, machen wir es vielleicht vor denen. Perfekt. So. Und eben um den tiefen Effekt jetzt hinzukriegen, ah, den lösche ich nochmal, wir nehmen einen von oben, ähm, würde ich jetzt empfehlen, den hier größer zu machen. Können Sie ruhig mal so machen, ähm, hier hin und dann eigentlich einfach nur auffüllen damit. Das ist das Röschelche, wenn ich jetzt gelbe erkläre, vorne große Blätter, kleine Blätter, genau. Und hier wird halt drin. Und wie ihr seht, man, also, es macht jetzt, also, es wird was machen, wenn man es nicht drin hat. Also ihr könnt da gerne, also ausprobieren, dafür ist Skate it ja auch da, ähm, einfach mal die großen Blätter, auch mal nach hinten und die kleinen nach vorn, dann, und dann im Vergleich das, ähm, andersrum, dann seht ihr auch, wie cool dieser tiefen Effekt liegt. So, und wir sind hier auch fast schon fertig mit unserem Bodendecker. So, jetzt füllen wir hier noch ein bisschen auf, da, 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 genau, hier. Und hier hinten muss noch ein bisschen was hin. Wir können ja einfach mal alle bisherigen sperren, alle hier vorne. Einfach alle mal auswählen, Sperrtaste, Fenster wieder zu. Und jetzt duplizieren wir den hier nochmal, schieben den da hin und den hier hinten auch. Aber den müssen wir noch ein bisschen hervorholen. So, und da hinten kommt noch einer hin und dann war es das mit dem Bodendecker. Ne, können wir so lassen. Einfach sonst die Ebene sperren. Das machen wir jetzt auch mit einem, die noch nicht gesperrt sind, dass wir ohne Probleme weiterarbeiten können. die hier sperren. Und die beiden hier hinten noch. Perfekt. Gut. Das dauert nicht so lange wie mit der Hand. Ja. Ja, vor allem du kannst es immer wieder rumschieben. Genau. Das ist halt das Coole. Bis du halt wirklich zufrieden bist. Jetzt ein bisschen Anubias auf die Steine, hatten wir ja überlegt. Ganz, ganz klein vielleicht. Ja, vielleicht hier unten so. Ja. Da die Anubias hier, Nana. Das ist ja, muss ich sagen, eine meiner Lieblingsgrafiken. Bisschen kleiner vielleicht noch. So. Die können wir jetzt vielleicht ein bisschen da verstecken, hinter dem Stein. Wobei, ne, ich mache, also ich empfehle erst mal grob alles zu machen und später die Feinheiten. Also das können wir ein bisschen hier anpassen. So vielleicht da drauf. Hier hinten. Das können wir dann noch nach hinten schieben. Und dann am besten noch irgendein bisschen feinere Pflanzen im Hintergrund. Genau. Vielleicht Trident. Also Java-Fan. Ja, okay, lassen wir es mal schnell so. Ihr könnt euch das ja dann... Das ist jetzt noch mal als Beispiel. Genau. Mehr geht immer. Mehr geht immer. Also... Und hier seht ihr ja einfach mal, wie ihr das machen könnt. Und dann kann man sich da auch stundenlang Zeit nehmen, um coole Sachen zu bauen. So, hier der Java-Fan. Den machen wir jetzt auch mal nach ganz hinten. Der soll ja unsere Hintergrundpflanze sein. Hier seht ihr auch, wir haben schon ganz schön viele Ebenen. Also durch die... Na, durch den Bodendecker werdet ihr immer viele Ebenen haben. Und deswegen sperrt sie einfach. Und dann habt ihr es damit auch leicht. So, und was euch vielleicht auch noch aufgefallen ist, wenn ihr jetzt eine Pflanze kopiert, dann wird die praktisch... Also ich kann euch das hier zeigen. Auf die Ebene kopiert, ne? Nicht auf die Ebene, sondern eine Ebene drüber. Eine Ebene drüber, ne? Genau. Ich kann die auch hier kopieren. Zack. Ja, okay, es fällt nicht auf, weil es ja genau die gleiche Pflanze ist, aber sie ist drüber. Und jetzt im Wesentlichen so. Genau, wir können es ja mal so lassen. Sieht ja auch schon ganz nett jetzt aus. Ja. Genau. Vielleicht noch ein paar kleine coole Features, beziehungsweise... Erstmal noch das Hauptmenü. Ihr könnt jetzt, wenn ihr mit eurem Becken fertig seid und zufrieden seid, könnt ihr einfach hier oben zurück ins Hauptmenü gehen. Das Becken ist automatisch gespeichert im Browser. Also ihr müsst euch keinen Account anlegen. Das geht auch tatsächlich noch gar nicht. Aber solange ihr nicht irgendwie Cookies blockiert habt oder so, wird euer Becken im Browser gespeichert und ihr könnt jederzeit wieder drauf zugreifen. Eben, ihr seht hier den Namen eures Layouts. Wir haben es jetzt vorher nicht benannt. Könnten es hier einfach umbenennen oder auch löschen, wenn wir den Platz brauchen. Hier ein ungefährer Richtwert, was für eine Schwierigkeit das Becken hat. Also Medium, dass man halt schon ein bisschen mit CO2 gucken soll, düngen soll. Also schon automatisch mit aufgegeben. Ja, also von den Pflanzen abhängig. Also eben, wir haben hier das HCC drin, das braucht ja ein bisschen was. Anubias und Java fahren, die sind ja total easy. Wenn du jetzt nur die drin hättest, wäre da leicht. Das könntest du dann auch ohne CO2 fahren. Hier kann man es wieder bearbeiten. Hat hier ein paar Maße. Aber man kann sich jetzt auch noch eins erstellen. Einfach hier und dann hat man genau dasselbe Spiel wieder. Kann sich hier sein nächstes Layout erstellen. Und wenn man dann will, auch noch eins. Also man kann bis zu drei Layouts hier erstellen. Jederzeit wieder bearbeiten, auch wieder eins löschen, neues erstellen. Kannst du ein Layout komplett kopieren? Das geht nicht. Das ist mir heute Morgen aber im Sinn gekommen. Das kommt gar nicht. Weil das wäre ja, also mal wenn ich jetzt Unterschiede darstellen will, wäre das jetzt vielleicht noch ein Feature, was man mal in absehbarer Zeit dann... Und noch eine Sache, die ich sagen möchte. Hier gibt es noch den Nachtmodus. Den finde ich ganz cool. Damit kann man es dunkel machen, wenn man jetzt zum Beispiel abends da ist oder einfach das Design mehr mag. Ja, einfach so noch eine Hilfe. Und eben für unsere englischsprachigen Kollegen, die können es dir auch alles auf Englisch anschauen. Nein, wir wollen es nicht übersetzen. Genau. Und zurück. Na, jetzt hat es doch übersetzt. Aber es geht auch auf Englisch. Jo. That's it. coole Sache, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, erst mal vielen Dank auf jeden Fall für die Demonstrationen. Sehr gerne. Dich kann man auch noch unterstützen. Genau. Das muss ich natürlich hier auch noch ansprechen. Also seine Arbeit natürlich zu würdigen wissen. Dass es keine brotlose Kunst ist. Genau. Eventuell wird in Zukunft noch mal eine Kooperation mit aquascape.de kommen, dass wir vielleicht was mit dem Shop machen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Das werden wir besprechen. Und dann wahrscheinlich dann noch mal separat Videos machen, wenn es so weit ist, schätze ich mal. Ja. Aber wie kann man dich unterstützen? Also ihr könnt erst mal auf scape.it kommen. Dafür bin ich euch schon sehr dankbar. Ihr könnt euer Feedback dalassen, Ideen, Wünsche. Alles wird gelesen. Alles ist willkommen. Aber ihr könnt mich auch finanziell unterstützen, wenn ihr möchtet. Und zwar hier bei den Links auf der Tasse. Da kommt ihr auf meine Ko-Fi-Seite, wo man einfach mit kleinen Beträgen ein bisschen unterstützen kann. Genau. Das würde auf jeden Fall helfen. Ja. Ist eine sehr nette Geste. Gut, ja, coole Sache. Tanja, wie gesagt, vielen Dank für deine Demonstration auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du hier warst und uns das alles gezeigt hast. Wie gesagt, ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Und Luca, wie du bestimmt in den Kommentaren auch Fragen beantworten, wenn ihr noch welche habt. Na klar. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Schaut auf jeden Fall bei Luca vorbei. Kommt mit mir beim Thomas vorbei. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.